hey leute herzlich willkommen zu einer neuen folge warox 8 mit dem luca wir haben natürlich wie immer bock noch mal aufzunehmen deswegen joinen wir in 3 2 1 auf dem server. ja ich würde sagen wir looten jetzt beide nur unsere höhle zu ende oder ich meine schlucht und dann pissen wir uns nach draußen. wir wissen übrigens immer noch nicht was das für eine episode ist. ja das habe ich tatsächlich in den zwei sekunden zwischen den folgen nicht nachgeschaut. so viel zeit verschwindet. ja in zwei sekunden kann man das schon mal raus finden. auf jeden fall. ja dann nehme ich das xp dinge mit. zombie spawner. oh da hat es. wow. villager zombie, skelett. soll ich den dinge abbauen? keine ahnung. ich habe eh keine frage. ich baue den jetzt ab. auch hier ist ein sattel. namensschild. namensschild nehme mit. fred. ich habe auch eine goldene pferderüstung bekommen. fred. ja ich habe zwei sitte. ja dann nehme ich eine goldene pferderüstung für dich mit. ja und das namensschild. das habe ich auch. fred. das habe ich auch. fred braucht ja auch einen anderen namen. fred. und gold. ja natürlich. aber da haben wir jetzt eine färderüstung. färderüstung mit. fred. diese eine larva hier will ich nicht erkennen. fred. oh. oh. menschen. oh nein. geht nach. tötet uns nicht. tschüss. tschüss. was ist das denn für ein arberding. hier ist ein spinnespawner irgendwo. tschüss. 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 t den Öfen und so mitnehmen? Ja, wenn ich die nicht so gut finde, ich bin jetzt hier. Wär blöd, wenn wir die nicht mehr wiederfinden. Oh, Diamanten. Nice. Ich muss auch noch einer finden für die, für den Flex. Ja, und für unser Ziel. Jede Folge, zwecklen. Ja, dann ist das recht. Okay, gut, das waren zwei Stück, aber. Ja, Diamanten sind Diamanten. Besser als nichts. Ja. Alter, das Ding ist so riesig und hier ist über Lava. Hm. Oh, das ist gefährlich hier. Leben am Ende. Ha. Ja. Alex. Okay, das ist tatsächlich kein einziger Dier hier. Da darfst du das. Dann komm ich wieder zurück. Ja, ich geh hier den Gang lang, ich nehm das Volk mit. Und dann komm ich auch irgendwie wieder zurück vielleicht, wenn ich den Weg bin. Versteht dich. Jo, hier ist ja noch eine viel größere Schluchte, da sind zwei Hexen. Ja, dann geht's auch immer weiter. Ja. Ja, aber die Schluchte ist riesig. Ist ja krass. Noch mehr Pilze. Ach, es ist sogar eine Schluchte hier. Kurz zu wissen. Wieso ist die so groß? Alter. Die geht ja noch, die geht noch gefühlt 300 Blöcke weiter. Ah, die ist zu hoch. Für Dias. Gerade drum. Ja, jetzt geh mal wieder an Minenschacht, dann hoffe ich, dass ich meinen Gang wieder finde. Mach mal Dias. Gut, Luca übernimmt's heute mit den Dias. Ähm. Ja, ich denke auch. Ah, das ist glaube ich. Ja, ein einziger. Wie? Ne, botte alles drumrum ab. Hab ich. Da war nichts. Scheiße. Genau eine. Was will man denn mit ein Dias? Tja, eine Schaufel. Oh, ey, der Küper. Oh mein Gott, ich hätte gerade bei einem Lagerloch gefallen. Du hast aber Wasser, oder? Ja, schon, aber. Ich kenne meine Schüssel, ich bin. Die sind überall die Creepern, die explodieren die ganze Zeit. Na, das ist schön. Okay, ich komme meinen alten Gang schon mal näher. Mach mal Dias. Ja, ich, ich, ich geh dann. Ja, das glaube ich. Ich habe noch einen Spawner und eine Kiste. Ah, das habe ich auch schon welche. Ja. Spann. Lapis und Brot. Okay, wenigstens ein bisschen essen. Da oben ist noch eine Kiste. Eisen, Lohn und Brot. Ich bin gerade nur übel für Essen. Oh, da ist sogar noch eine. Noch eine Schlucht. Läuft. Oh, das sieht nach Dias aus. Das sieht richtig nach Dias aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und Nummer sechs. Sechs Stück. Kannst du die, kannst du zu mir kommen? Demnächst, ja. Alter, das ist so eine fette Schlucht, die ist auf Höhe 11. Ich würde jetzt gerade noch mal hier reingucken. Das ist auch noch so viel. Dann finde ich noch eine Schlucht an. Ich könnte dann einfach ewig weiter meinen. Muss nicht fertig werden. Können wir eigentlich auch weiter. Ja, aber eigentlich, wir finden da die ganze geile Schluchten. Oder Höhlen. Was ist hier hinten? Ein Gang. Ein bisschen da was noch. Da oben ist noch Gold dabei. Ich habe jetzt einen Stack Gold mit und ich sammle jetzt auch keins mehr ein. Ich habe zehn Goldblöcke. Wird reichen. Dann machen wir uns eine OP Gold Opfer. Geht ja nicht, ne. Jetzt ist noch die Preisfrage. Wie komme ich jetzt zurück? Ich habe mich jetzt verirrt. Bin ich ehrlich. Ja, ich mich auch. Oh mein Gott, haben wir irgendwo runtergefallen. Nein. Okay, ich guck dir jetzt die Fotos an. Level 33 ey. 29. 25. Ein Prümerbäro. Gut, mein Kitzel ist jetzt auch hinüber. Ich habe noch meine Diapel exzelt, noch etwas. Ich lauf im Kreis. Warum bin ich denn gekommen? Hä? So eine riesen Schlucht überall Lava und du findest keine Di... Äh. Das ist schwierig hier. Keine einzige Diapel. Wie groß ist denn dieses Minensystem? Kragen über Fragen. Noch eine Kiste. Eisen, Nappel und Kohle. Er hat eine Kartoffel getobt. Ich muss mal ganz kurz noch einbauen. Alles gut. Ich habe irgendeine Nachricht bekommen. Von der Schule. Aufgabe zugegeben. Yay. Die sind die Kacke. Die haben nur 2 Stacks Dias. Okay. So. Bin hier da. Guck mal, Chat. Ähm. Okay. Das. Das hier ist jetzt bei uns. Mhm. Das hier ist jetzt bei uns. Mhm. Das hier ist jetzt bei uns. Ach so. Dann muss ich mich eigentlich eingebaut haben. Ich werde verschütteln oder mehr. Oh. Oh. Ich glaube es. Komisch geworden. Wie wird da oben noch was sein? So. Links oder rechts oder jetzt? Mitte. Ja. Scheiße. Ich würde sagen. Hier hoch. Nee. Nee. Auch keine Tiere aus. Das ist verwirrend. Hier war ich noch nicht. Ist aber blöd. Wir waren nicht da hin wo wir. Wir wollten eigentlich da hin wo wir mal waren. Eigentlich schon. Oder bis da oben. Ich hätte so gerne Deathstrider. Geht mir so auf dem Sack mit dem Wasser. 34. Oh Gott. Nicht hier. Jetzt bin ich wieder an der Schlange. Flucht. Das ist die Frage wo ich hier reingekommen bin. Blödes Gehle. Oh. Ich vernehme einen Spawner. Das ist blöd. Hm. Mal schauen. Oh. Ach so der Spawner. Oh. Schmerzen. Ich weiß nicht. Ich kriege drauf. Boah. Auf den Scheiß. Ja. Ich nehme mich. Ich muss mich erst mal kurz sammeln. Ich habe noch nicht mehr Spawner gefunden. Noch mehr Redstone. Der. Wie viel. Wie groß ist dieses Höhlensystem? Komm schon hier rein. Was nice ist. Oh Gott. Ach so Schande. Ich muss mich irgendwann einfach nach oben bauen. Ich finde den Weg nicht mehr. Gut. Die erschienen sich alle selbst. Was hat das? Dias. Na wunderbar. Ja. Ich dachte schon, dass du mit Post Angst hast. Bitte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Noch mal kriegst du mal eine Schützecke. Oh. Habe ich mir doch die ausgeführt. Der Profil der Gart. Der Profil immer erf. Aber es ist glaube ich. Ja. Ein einziger. Wie? Nee. Er botte alles drum herum ab. Hab ich. Ich. Da war nichts. Scheiße. Zwei. 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 Eisen. Pferderüstung. Nice. Pferderüstung. Ah. Pferderüstung. Also wir können das von mir aus jetzt auch hochbauen. Nein, es ist prinzipiell egal. Ich mein, ich hab alles rausgenommen. Wie viel Dias hast du? Es sind 23. ich hab 14 ja dann können wir raus ok dann machen wir das zurück an die O-Level da müssen wir erstmal zueinander laufen Gott ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern wie das oben aussehen soll oh gott oh kies oh mein gott das waren die zeitblöcke jetzt habe ich eine tosangst ja wir hatten schon einmal dieses projekt ein kies verrecktes wäre blöd wenn du es auch ja toll halte ich nicht vor wer wäre ein tot der nicht nicht günstig wäre na es wäre nicht so geil ne es tut manche einfach so ein gang nach oben ja ich baue es einfach immer mit Sicherheit straight nach oben ist das dumm ja schon bringt mich um aber sonst wäre es ja unlustig oh nein sehe ich wenn Luca trinkt gleich ne quatsch gut wäre auch ein dummes Ende wie weit sind wir vom spawn weg oh scheiße gar nicht so weit knapp 1200 Blöcke ich hab noch eine Höhle und Creeper wund wund und noch eine Schlucht haben wir also wenigstum ich baue mich hoch einfach irgendwie auch aber ich glaube ich bleibe noch unter der Erde halb ne eine Minute dann bin ich nächste Folge raus nicht dass ich mich dann irgendwo oben auslogge aber ich bin fast oben oh ja ich auch wieder schnell ja ok ich hab jetzt mal 30 sag mal denn kurz ja Moment 1396 und minus 1579 ja ein bisschen sind wir auch noch ich bin bei 1189 und minus 1326 ich bin auch unter der Erde warte ich bin auch im Übergang von ich bin auch ich brauche mich mal im Berg ok ok so jetzt sind wir gar nicht vom Ding weg weil da kriegen wir noch das Easter Egg naja ich bin oben ja schon also sind wir kaum weggekommen 3 2 1 so Leute das war es von unserer Folge XYZ wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Abo da man weiß es nicht man weiß es nicht Grüße an Luca und bis zum nächsten Mal